Hallo meine aktiven Freunde, was geht ab? Hier ist euer Pendapan am Start mit einem neuen YouTube Tutorial zum Thema Tarkov. Und zwar möchte ich heute mit euch über das Thema reden. Ihr könnt nicht alles wissen, ihr müsst nur wissen wo es steht. Also ihr könnt noch nicht wissen, wenn ihr gerade angefangen habt Tarkov zu daddeln, wo finde ich Grafikkarten. Ihr könnt natürlich nicht wissen, wo finde ich den und den Gegenstand, wo finde ich das, wo finde ich XYZ, wie morde ich eine Waffe, wie mache ich meine ersten Schritte in Tarkov. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es für euch immer die maximale Reizüberflutung, wenn ihr gerade neu in dem Game seid. Wenn ihr gerade eventuell die neue Quest anfangt oder wisst halt einfach partout nicht wo ihr hin müsst. Heute gebe ich euch in diesem Tutorial mit, wo ihr auf jeden Fall fast alles findet und wo ihr immer nachschlagen könnt und wo ihr auf jeden Fall gut mit beraten seid. Das werde ich euch natürlich jetzt einmal zeigen. Also einmal ganz kurz switchen. Da haben wir mal ganz kurz gezaubert von links oben nach rechts oben in die Ecke. Eure Seite müsste auf jeden Fall Nummer 1 sein, die ihr speichert. Unseren YouTube Kanal für die ganzen Contents und natürlich für die ganzen Informationen, die ich hier für euch rausknalle. Ganz ganz wichtig ist natürlich diese Seite, das ist das EFT-Wiki. Da findet ihr so gut wie fast alles. Also sprich 99,9 Prozent könnt ihr euch in diesem Forum und in diesem Wiki abholen, wenn irgendwelche Fragen sein sollten. Wenn irgendwas ist, speichert euch die Seite auf jeden Fall ab. Ich packe es auf jeden Fall noch mit unten in die Infobox mit rein, dass ihr da auf jeden Fall genug Info putt habt, dass ihr da auf jeden Fall maximal informiert seid. Wenn irgendwelche weiteren Fragen sonst noch sein sollten oder ihr irgendwas nicht findet oder irgendwas wissen wollt, könnt ihr natürlich gerne auf meinem Kanal vorbeikommen und die Fragen stellen. Ich versuche es euch natürlich zu beantworten. Ansonsten auch immer wieder gerne in die Channel Kommentare rein und dann würde ich sagen, das war es auch schon wieder mit unserem YouTube Tutorial und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode. Also, euer Peter Pan ist raus für heute. Ciao!